Willkommen Reisende. Zurück auf der Welt von The Riftbreaker. Wir müssen uns noch um Ressourcen kümmern und viel mehr Energie. Auf geht's. So, hier hatten wir Kraftwerk gebaut, das ein bisschen Strom erzeugt. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir uns eine Wand errichtet. Dann bauen wir uns hier noch ein Geothermalen Schlot hin. Ein bisschen Energie. Bodenplatten, das ist hier schon wieder alles viel zu lange. Haben wir hier natürlich wieder gut Steine, die wir benutzen können. Oh Gott. Den habe ich natürlich komplett übersehen. Na, das geht nicht. Oh nein. Ignoriert mich auch einfach. Oh, wir müssen Forschung ausführen, wenn der dann jetzt hier irgendwann mal ... Na super, jetzt geschafft den zu zerstören. So. So. Hier haben wir Wasser. Mal gucken. Haben wir hier neue Alpminen, Paketenwerfer. Können wir hier mal herstellen. So. Und zwar. Zu den. Ein. Ausrüsten. Kann man werverbrauchen wir nicht, treiben wir genau nicht. temperaturstandard stellen wir wenigstens nicht so schnell so gas kraftwerk und boden im fabrik 2 das war gut wenn wir ressourcen etwas schneller abbauen wir brauchen jetzt auf quartier 3 dafür müssen wir uns erst noch ein bisschen radio gerade ist noch gar nicht das kriegen wir aus schlamm dann haben wir zum glück auch überall so müssen wir jetzt hier ein neues kraftwerk das ist noch gar nicht zerstört das war schön so machen echt viel mehr strom ich habe schon wieder einen stein geärgert man sollte auch treffen raketenwerfer war eine gute entscheidung später kriegen wir noch waffe die atomraketen schießt wenn sie sie nicht aus dem spiel entfernt haben aber hoffen wir mal nicht hier ist das karten ende oh So, recht vertippt. So. Ich kann ja mal gucken gehen, wenn ich das Nest vielleicht zerstört kriegen. Er hat gerade so doll geblitzt, hab gar nichts gesehen. So. Oh, hier haben wir auch gleich noch ein Ressourcenfeld. Ach, ob wir das jetzt kaputt kriegen? We have power shortages. Connect more power plants. So. 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 Jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt haben wir ihn aus. 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 Das Vieh ist ganz schön stark. Was ist denn hin? Oh. Lass sich doch mal treffen. Ich wollte doch nur zu dem Kobold. Oh ne. Das haben wir nicht ganz bis zum Kobold geschafft. Die Forschung dauert 49 Minuten und das ist doch kaputt. Dann sollten wir wohl doch erstmal auf Quartier upgraden. Oh. 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 Die kommt von rechts oben. Hm. We have some time before the attack. We have some time before the attack. Let's strengthen our defenses. We have some time before the attack. We have some time before the attack. Die sind da schon. Hier ist ja. Und dann dann haben wir hier gesichert aber gar kein luftportal gehen nach hier was war hier noch an verbessern können schon wieder die mauer okay we're ready for them base is under attack one of our buildings has been destroyed an energy connector has been destroyed awesome what about walls has been destroyed okay tower has been destroyed oh god we can try to recover it later yes miss the word building has been destroyed oh god one of our energy connectors has been destroyed base is under attack a portal has been destroyed oh 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 Gott, ein. Oh. Ei, ei, ei. Hier liegt noch irgendwas. So. War nicht so viel kaputt gegangen. So. Ups. Oh. So, was können wir? So, so, so. Das war nach oben. Hm. So. 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 . So. 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 Finally. So. 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 Ging ja noch nicht. So, dann. Nehmen wir hier eine Mauer. Mauer. Zwei Türen. Riftportal. Weil wir hier jetzt ja nicht durchkommen. Das wäre nicht so gut. So, noch einen. Ein paar Knotenpunkte. So. Wow. Sicht ein bisschen erhöhen. So. So. Finde Kobold. Ja. Das haben wir ja natürlich geschafft. Was haben wir denn eigentlich alles an Waffen verloren? Haha, das Schwert. Wo liegt das denn rum? Auch egal. Bauen wir ein neues. Da kriegen wir ein besseres Schwert. Das war, wenn wir Hauptquartier 4. Aber der Angriff eben war ja schon sehr schlimm. So. Der hier baut. Hier sind die Ressourcen alle. Da fehlt scheinbar Strom. Oh. Okay. es ist ein Rattach Oh, plus 24. Tür, ob besser ist, dann S20 am besten noch bisschen Strom hier unten, ja hier oben erzeugen. Mal nochmal sehen, war ja noch hier hinstellen. Und unsere Lieblingsbodenplatten. Das sieht man auch gleich viel mehr. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Zwei. 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 Oh. Was haben wir denn? Wasser. Produziert nur Wasser. Das ist jetzt sehr doof. Schlamm hätten wir nämlich genug und Batsch Aber Wasser brauchen wir gerade noch nicht Jetzt kriegen wir richtig gut Windenergie Hier ist irgendwo Nein, nicht hier, ein tiefer Ach Ja, den holen wir uns gleich erstmal Wir gehen jetzt auf hier Kraftwerk für Biomasse Das Biomasse Ich kann aber noch keine Biomasse herstellen Sondern nur Einsammeln selber Produziert auch Schlamm Könnten wir wahrscheinlich in die Richtung brauchen Schönes Stromnetz über verlegen So bekommen wir ein bisschen Biomasse Wir können die auch noch herstellen aber momentan leider noch nicht Dafür brauchen wir dann auch eine freie Fläche Diese Grünzeug Anbauen können Aber solange wir die Fläche noch nicht brauchen Können wir schon mal eine freilassen Das mache ich hier zum Beispiel Die kann man zerstören Lassen wir das da frei Oh, dann trennen wir das mal ein bisschen ein Wir stellen uns hier einen kleinen Zaun drum Nur eine Mauer Damit wir es nicht vergessen Die Tür wäre ja auch witzig So Machen wir schön große Fläche Warnung A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest Fuck Ach Gott, da stehen welche War nicht gesehen Oh, was gibt es ein schönes Anzug Mal gucken Da Bis dann hin Hm 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 Also Ah, das haben wir bekommen Schön Dann nennen wir das natürlich auch gleich Ähm Warte mal gucken Kommunikationszentrale Hauptquartier Freudegrenze Stufe 3 Oh Die haben wir nur auf Stufe 2 gebaut Feststoffspeicher Hier Hier Ah, endlich Die stellen die Ressourcen her Sobald er ein ewig viel Strom Das U-Munitionsdepot Das auch gut 5 Minuten Das kommt ein Stück nach oben Machen wir als erstes Munition Das ist so am besten So, das hier auch Ah, die Rohstoffproduktion Die braucht keine Sau mehr So, Energiespeicher Solaranlage Stufe 2 Das ist auch schön Das kommt alles ein bisschen So Erstmal ist da hin Jetzt können wir gut forschen Arsenal Stufe 2 So Ja Das Wolltest du erstmal gewesen sein Uh Immer pink Was ist denn hier schon wieder passiert Wir müssen Jetzt unbedingt das Nest zerstören Das schon wieder Ah, da Lauf mal quer rüber Das ist am einfachsten So Energieprobleme haben wir gleich Gar keine mehr Munition wird auch Hergestellt We have power shortages Connect more power plants Guck mal Hier ist das schon wieder hin Ja Komischer Weg Ah Grünzeug Wo läuft man durch den Wald Oh 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 Gott Was geht denn jetzt ab Das Nein Ich hänge irgendwo fest Na Das werden wir aber diese Folge Oh ne Wo läuft es denn jetzt hin Das werden wir jetzt aber diese Folge noch platt machen Das hier Ah Ich muss hinlaufen Das ist ja lov Auch hier unbedingt Ein Scanner Müssten War kein Unterschied jetzt Komm mal da hin So Ja 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 Den Das Muttermonstrum werden wir noch vernichten Wenn ich nicht auf dem Weg da hin schulter Sterbe So Erstmal unsere Waffe Will einsammeln Warnung An aggressiver Horde Is amassing Near our base Prepare to defend our base Wie weit weg ist denn das Wie noch Ah Ich wundere Was macht es so aggressiv Maybe we can learn something important after researching it in a lab Gut Neues Ziel erreicht Ah Jetzt kommt ein neuer Angriff Den werden wir uns aber erst nächste Folge widmen Das munter Monstrum konnten wir vernichten Vielen Dank fürs zu sein Abonnieren nicht vergessen Bis zur nächsten Folge